Jetzt sind wir hier in Münster angekommen beim Katholikentag. Unser Radprojekt Suche Frieden mit dem Rad von Prag nach Münster haben wir erfolgreich abgeschlossen und werden es hier in Münster präsentieren. Allerdings hat die junge Aktion auch 2018 und in den Jahren darauf noch viele spannende Projekte geplant. Abycham sezlepřili naše jazykowe znalosti, tak budeme pokračovat s letní školou Čištiny a Němčiny v Plzniu. Für unsere Kinder und Jugendlichen haben wir unsere Sommerbegegnung Blasto Fantasto in Heidmühle. Dort gibt's Spannendes zu erleben für alle von 8 bis 15. A s našim partnerským spolkem Spirala chystáme na podzim podzimní setkání v Zářík. A zbeme i všechny učastníky ne jen z Česka, ale i z Německa. Und zum Abschluss des Jahres 2018 freuen wir uns auf unsere deutsch-tszechisch-slovakisch-ungarische Silvesternbegegnung in Budapest. Alle genaueren Informationen findet ihr auf unserer Webseite www.junge-aktion.de. Wir freuen uns auf euch! A nebo taky u Spirali Združení Akrman-Gemeinde. www.akrman-gemeinde.cz lomítko-spirala. Těšíme se na vás! Aho!